Guten Tag, Agent 008. Sie haben die Agenten-Hotline gewählt. Miss Panny Money Penny Market ist außer Haus und Sie sind nun mit dem Zentralrechner des BNE verbunden. Das bedeutet, dass Sie die Bombe gefunden haben und den Code zur Deaktivierung benötigen. Das Zifwort zur Deaktivierung wurde von der Bundeskanzlerin freigegeben und bestätigt. Es lautet final. F-I-N-A-L. Sie müssen die einzelnen Buchstaben nun in Zahlen umwandeln und zur Entschärfung am Bedienfeld der Bombe angeben. Gehen Sie nach folgendem Schema vor A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3 und so weiter und das vor Ablauf des Countdowns. Schaffen Sie das, haben Sie wieder einmal die Menschheit gerettet. Dokumentieren Sie dann die Deaktivierung ordnungsgemäß. Die Entschärfte Bombe bleibt vor Ort. Unser Aufräumkommando kümmert sich später um den Abtransport. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission und erwarten Sie den Anfluss im Hauptquartier. Diese Nachricht zerstört sich in 5 Sekunden selbst. 5, 4, 3, 2, 1. Ober und Ort. 6, 4, 3, 2, 1.